Ich glaube, das wird krass. Ich bin so, so, so aufgeregt. BFler! Ich sag's euch, wie es ist. Ich bin so fucking aufgeregt. Du, die Frage ist halt... Ich bin juckt. Ich freue mich so krass auf das Wochenende und mir geht so die Düse. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Hallöchen! Jetzt seh' ich euch auch mal persönlich. Servus, Laura. Hey, alles klar? Geht's euch gut? Uns geht's mega. Jetzt seid ihr auch so aufgeregt, wie ich. Guten Tag. Moin, der Herr. Hallo, alles klar? Ja, und ihr auch. Sicher. Ja, let's go, haben wir gesagt. Ich bin jetzt angekommen und schaut euch einfach mal riesige Bühne an. Wir sind hier in der Wir-Machen-Druck-Arena. Und zwar findet hier heute Abend das 30-jährige Bühne-Jubiläum von Andrea Bergstadt. Und ich darf hier heute den Support Act spielen. Und ich sag's euch, ich glaub, das wird krass. Ich glaub, das wird krass. Ja. Das ist einfach so eine unfucking fassbar große Bühne. Wir machen jetzt den Soundcheck, oder? Ich hab hier alle Blähbecks drauf. Dankeschön. Wir wollen in mich. Wir wollen in mich. Alter, da sind sie. Ausverkauftes Haushalt. Schalalalalala. Also ich bin happy. Ich werd jetzt happy sein. Das war der Soundcheck. Damit sind wir jetzt fertig. Und schauen wir mal, wie's weitergeht. Jetzt kommen wir zum richtigen Teil. Jetzt geht's im Hohenmaß. Futter. A few inches later. Es war fantastico. Und was gibt's jetzt erstmal nach dem Essen? Ganz klare Sache. Mein Kaffee wird jetzt doch getrunken, weil die Backstage hatte ich null Empfang. Ich kann ja nicht arbeiten, weil ich will jetzt was arbeiten. Mein Auftritt ist ja erst um 18.15 Uhr. Wir haben jetzt 14.30 Uhr. 15.16 Uhr, 17. 8. 17. Das heißt, ich hab noch drei Stunden. Magik. Ich finde, das ist kein Geringverdiener, so wie wir. Wir kommen mit dem Auto her. Zu Fuß. Wie ist die Stimmung? Alles rot schon. Was sagst du dazu? Wir sind am Start, ja. Wir werden auch Andrea Berg mit Micha von der Rampe einschalten. Wann kommt's denn? Das ist ein Vorprogramm. Wir werden doch gar nichts. Cut, cut, cut. Das Ganze wird halt im Fernsehen übertragen, aber der Micha wird nicht, weil der ist im Vorprogramm. Der wird ausgeschnitten. Und der Tommi auch nicht, weil der ist auch im Vorprogramm. Der wird auch ausgeschnitten. Und ich nehme ein Wodka-Lämmen. Okay. Ich dachte, ich nehme euch jetzt einfach mal ganz kurz mit hier in die noch aktuell leere Arena, wie das hier alles aussieht. Es ist wahnsinnig. Guckt euch das mal an. Wir haben hier im Stadion hier. Alter, dicker. Hallo. Und ich sag's euch, wie's isch. Ich freu mich, dass ich heute hier sein darf. Ähm, ins Vorprogramm spielen darf von Andrea Berg. Ja. Mal ganz kurz drüber reden, dass jetzt hier einfach ein Lass ist. Und wir das gerade noch nicht wussten, dass es jetzt einfach hier voll abgeht. Wollt ihr auch in meinen Vlog? Wie heißt ihr denn? Ich bin Anna. Hi, ich bin Laura. Ich bin die Coretta. Auf wen freut ihr euch heute am meisten? Jetzt sieht's eklig. Ich wünsche euch auf Kamera drauf, also alles gut. Ich wünsche euch viel Spaß. Lasst klar. Bis später. Ciao. Es geht jetzt auf die Bühne und ich bin so, so, so aufgeregt. Ähm, wir sind ja gerade am Backstage. Ich lasse die Kamera hier, deshalb gebe ich jetzt weiter an Felix. Videomaterial kommt jetzt von ihm. Let's go. Ich bin so aufgeregt. Aber raus da jetzt. Ich bin so aufgeregt. Danke schön. Alter, was war das für ein Wahnsinn hier in Asbach. Was eine geile Stimmung. Ich sag, danke an alle, die da waren. Wahnsinn. Traumhaft. So, da bin ich wieder. Was, was, was sagst du noch mal für die Kamera? Bier, 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 Bier. Warum bei mir? Denken wir, ich bin voll der Assi. Ich bin drauf. Da bin ich wieder. Wir hören uns gerade eben noch was essen. Ich habe meine Kamera nicht dabei gehabt. Aber wir gucken uns das ganze Spektakel jetzt mal hier an. Wow, sind die ganzen Leute sind und so. Ich habe da voll poppt, jetzt einfach mal reinzugehen. Oh, ihr kommt mit. Das ist so krank, was die hier auf die Bühne stellen. Das geht's gar nicht. Und ich sage es euch, wie es ist. Wir haben jetzt irgendwie eine Reihe und irgendwie ist die Autoshow-Party noch ein bisschen ausgearbeitet hier. Ich habe eigentlich fünfmal Tschüss gesagt. Das ist schon mal Tschüss gesagt um zwölf Uhr. Das zweite Mal um eins ist. Das dritte Mal. Nur, die Frage ist halt, wen juckt. Jetzt geht's voll. Zack, zack, zack. Weil mein Wecker klingelt morgen früh um sieben ist schon wieder. Was ein Abend. Ich kann es echt noch nicht zur ganzen Worte fassen. Es war echt der Wahnsinn. Ich bin so gefreut, dass ich heute die Möglichkeit habe, dort auf der Bühne zu stehen. Grüße gehen raus an Andrea Berge und das ganze Team. Und bei euch bedanke ich mich für's Zuschauen. Ich hoffe, ich habe euch auch vorgefallen. In diesem Sinne, liebe Grüße, Micha von der Rampen.